Los geht's! Mit dem Kracher des Monats. Präsentiert von Hanuta Riegel. So was machen wir erst in den Playoffs an, oder? Erst in den Playoffs, ja. Jetzt machen wir nur den Kick. Ja, 2-0 vorne stehen. Gegen Kitz. Machen wir den Kick. Machen wir den Kick. Habt ihr Fall? Ja, gut. Ich lebe erst in 80 Minuten. Oh Junge. Alter! Chef! Der Kracher des Monats wurde dir präsentiert von Hanuta Riegel. TASTE THE META.